Hallo und herzlich willkommen hierzu in einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 mit dem Multiplayer zusammen mit dem Philipp, hallo. So, ich bin ja gestern nicht ganz voll geworden, aber jetzt bin ich tatsächlich voll. Das heißt, wir fahren ab. Nein, aber nein. Der Helfer fährt schon wieder mal. Naja, mal kenne ich den guten alten Helfer. So, jetzt hat er aber. Alter, mein Traktor sieht aus. Und der Anhänger, oh Gott. Meine ist noch ganz okay. Mit dem Traktor ist es neu. Der darf doch nicht so schmutzig sein. Beziehungsweise, dein ganzes Bespann ist neu. Nee, der Hänger ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen. Auf dem alten Johnny hatte ich 5 Betriebsstunden drauf. Hier 0,6. Ich gebe jetzt auf meinem Fan, auf dem hier den neuen auch jetzt 3 drauf. Und auf dem anderen auch 3 oder 4, also insgesamt. So, um die 6 Stunden. Fahrt er schon wieder nicht, ey. Oh, ich könnte kotzen, ey. Ja, ja, der Helfer hat so manchmal seine Problemschirren. Das Problem ist, CP kann man nicht mehr drauf nehmen. Nee. Funktioniert leider im Multiplayer nicht. Erstens und zweitens, wir haben sie gleich die beide. Stimmt, ist das natürlich dann auch ein Grund. Wird dann nicht so angenehm, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich finde den Agri-Dump auch geil. Der passt richtig zu dem Traktor. Also zum Johnny. Ich verweister. Eieiei. Der Lasse aber stehen, ey. Was ist es bar, das Geld, Junge? Ja. Wir müssen die Einzelnen können hier wieder vom Bummen auf glauben. Ey, wenn jetzt außen nicht ganz... Alter. Ey. Ey. Ey, jetzt hat er aber wirklich volle Leistung gegeben. Der Helfer. Ja. Mit mir dick durch. Mhm. Wir können auch den Schottier-Pro-Häcksler mit drauf nehmen. Für den dritten Mitspieler dann. Ähm. Da muss man das Rohr selber lenken. Ja, ich glaube, das wird dann auf jeden Fall nichts. Ich bin da auch, wieviel Prozent hast du denn? Nein. Ich weiß nicht, der Helfer. 61, okay. Ich hab Bock aufzuhören. Bist du kurz? Danke. Was soll ich machen? Ja, äh, weiß nicht. Wenn ich Heckler fahr... Ich mach schon. Du kannst gerne die ganze Folge mal gespannt fahren. Nein. Na ja, nur weil er würde man fett fahren will, ne? Das wird klar. Mehr dein Playboy fett. Weil sie liegt ja gar nichts drin. Nur Mederstoffen. Nur Mederstoffen. Nur Mederstoffen. Schon mal nicht schlecht. Hallo. Oh, was hat denn hier alles? Hallo. 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 Danke. Du bist mir. Nein, weg. Wenn wir uns da rüber lenken, wir lenken ganz rüber. Ja, ich hab's gut gemacht. Ich bin ja hier ein bisschen am gucken, was er denn alles so hat. Okay, schön schön. Eine Spray-Dose. Und irgendwann in dem Kurschen, in dem Kühlker schlägt auch noch Bier. Kann er denn den Kühlkurschen? Ja, hinter Beifahrer sitzen. Die kann ich nicht aufmachen. Egal. Ich weiß, aber... Oh, die Scheiben aufmachen. Ohl. Schön schön. Ja. Das kann nachvollziehen. Ist das hier? Wir sind mit der Seite fertig. Yay. Aber der Sony hat dazu eine Power, ne? Ja, ich weiß noch, wie ich damals mit dem Teil auf der Aufgabe mal rumgedonnert bin. Aber da hatte er bloß 300 PS und bis jetzt kann man bis 600 auf. Ja, Realismus ist nicht immer übertrieben. Minimal, ja. Aber wir haben natürlich in der... Wie hat er denn 250, oder? 250, oder? Wenn er will, kann er 300 haben, bis 270. Standardweise. Ja, also ist relativ... ...realistisch. Dann natürlich ein Chip-Tuning dann bekommen, wenn er mal 300 PS hätte. Also 270 gibt es standardmäßig. Dann kann man noch ein bisschen... ...aufmachen lassen auf 330 PS mehr. Ist ganz okay. Jo, bin dann voll. Ich mache eine Helferin. Warte mal! Oh mein Gott, fahr du weiter! Hä? Achso! Hallo! 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 Alle haben wir so da... Geh, ich nicht. Ich nicht, aber... Aber wir sind voll. Bitteschön! Ich überlasse dein wunderschönes Gespann dir! Mach mal den Beifahrers jetzt runter, ne? Mach mal den Beifahrers jetzt runter, ne? Ich habe ihn tatsächlich oben. Ich kann ihn aber auch nicht umkloppen. Herr Schliffschutz, wer die wunderschöne... ...Dame hier... ...verdeckt. Das geht immer gar nicht. Hehehehe! Da drüben sehe ich dich lang donnern. Boah, ich bin richtig bad. Boah, ich bin ohne Blicke auf die Straße raus. Es ist auch keiner gefahren und nur einer der ganz hinten ist. So, Kollege, wir sind da. Stillstand, Zeit ist vorbei. Aber die Scheibe da oben ist verdunkelt gekürzt. Ja. Verdunkelt kürzt ja, aber die ist ja gar nicht durchsichtig. Da hier nicht mal ne Scheibe, das ist einfach nur Plastik. Lass ist das ne Scheibe, ne? Ich hoffe mal das Schneidwerk... Och nee, was machst du? Boah, das ist ein richtig netter Fahrer gewesen. Der hat mich gesehen und das ist einfach an der Kupplung kalt. Ist der irgendwie? Kollege, what are you doing? So, jetzt bin ich die Taschentur hier gefahren. So, es ist ne Gerale Bahn, du kannst weiterfahren. Aber Flo, ich bin moderner als du, ich hab nen Schraubenzieher. Ähm, und Handschuhe drinnen. Und ne, Gabelschlüssel. Ähm, ich hab nen Meterstab drin. Hab ich auch. Ne Warnwäsche, die du nicht drin hast. Ähm, ne große Kühlbox. Glaub ich irgendwann in den Boxen oben? Ne große Kühlbox, die irgendwie in meinem Gaspedal ist, egal. Glaub ich auch. Ne Cola Dose, ich muss mich schämen. Ähm, was ist das da? Cola hab ich leider nicht. Irgendein Bild von irgendeiner AK-47. Ähm. Was ist das da noch? Oder... Ach, ich hab ne Bauverkehrungs-Frame drin. Das ist gar keine AK. Das ist mein Handy. Wo ein Traktor drauf ist. Jetzt hab ich's erkannt. Warte, wo? Lass mich auch mal schauen. Ja, äh, warte. Bin draußen, kann schreien. Da rechts dran. Warte, warte. Ah, Hilfe. Wo, rechts? Da, äh... Da ist wirklich... Hilfe, ah! Der ist ein Samsung. Warte, man hat der Beifahrer, ich glaub' nicht. Ne, der nicht. Steuerung, ne, hat er nicht, Schade. Nicht Steuerung, ähm... Großstreit-Taste links. Y. Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. Kommen Sie her, fliegender Wechsel. Mit was? Ach so. Bin da. Hey. Schade, der... Alter, war's geil, wenn der Tempomat drinbleiben würde. Da könnte man einfach raussteigen und den Traktor alleine fahren lassen. Ja. Aber weißt du, was cool ist? Hm. Meiner hat den Beifahrer. Ja. Aber ich bin... Ich hab sogar noch einen Vorteil, ich hab' den Feuerlöscher dran. Falls der Häcksler das Brennen anfängt... Den hat der Häcksler auch dran. Ne. Und dann was sagen? Hunde denn? Weil schon die ist die Standardweise irgendwo unter der Vorderachse. Ein Feuerlöscher? Ja. Uh, was macht denn jetzt? Es kommt ne... Okay, er fährt weiter. Die fahr' ich manchmal nach. Ja. Darf ich dann den Tridem haben? Äh, ja, kann ich machen. Weil ein Tandem ist leicht und ich hab' mehr leicht. Toll. Ach so. Schau'n dir. Ähm, sollen die abstellen oder zum hochfahren? Ich bin fast da. Kannst du dann abstellen. Okay. Ich guck einfach, wo du bist. Und da hänge ich hin. Die einfach da an der Stelle ab. Ah, da vorne seh' ich die schon. Dieses rot ist nicht zu übersehen. Ich bin orange. Ich blick orange. Mein Tag verlicht ist bloß rot. Nein, dein Anhänger mein' ich. Das ist nicht zu übersehen von der Hörne. Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Die Anhänger... werden so destoet glaube ich. Jetzt kämpft er richtig ey. Ja, war ich gehört. Läuft er gut der... Shootmaker. Bis jetzt, warte ich mach mal wie es den Schlangen liegen hier. Oh ja, kommt schön hinterher. Mal gucken, wie er sich da macht wenn er mal voll ist. so die Klappe und bei mir war es vor Ort der hat eine Schubklappe geile ja ich weiß ich finde den auch geil okay wir stellen und man jemand in die Kommentare fragen wo geht's den Mord ja so safe vom Abschlepp äh der vom Abschlepp DLC ja könnt ihr bei uns kaufen für 10 oder was ne 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 der stand am meisten dabei zum Schluss schickt zum Schluss schickt wirklich noch jemand 10 Euro her oh wir müssen mal unten in die oh in die in die in die Infobox einen Link einfügen wo man uns Geld spenden kann aha ha direkt auf Geld geht nicht ja 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 Pupi ne was mach ich wir müssen ja hier auch unseren Unterhalt irgendwie erstellen ja wir haben zwar nur 193.000 aufm Konto aber wir sind arme Leute wisst ihr aber wir haben Kredit ne ne ho wir sind wir haben kein Kredit geil ich muss mal mit meinem Agri-Dampfer schwerer machen ich bin vorne akkert bisschen schnell viel auf einmal gerutscht ich hab's mir gekriegt das hat geleckt und nochmal und nochmal und nochmal ich bin wirst du gerade durchtappen wählt so oh da habe ich eineinhalb Tonnen vorne dran jetzt muss er aber besser werden wir sind hier mitten im Eisacker und da vorne ist Ende im Gelände bin mal gespannt was er macht oh es leckt ein bisschen Mikrolex ok bei mir ist eigentlich eher am Hof ja am Hof haben wir glaube ich nur 37 FPS oder so kann man die Klinik nachschauen äh F2 Alter ich hab ich hab ich hab gerade eben er hatte gerade einfach 19 weil sie am Feld sind ja schon wieder 60 wenn ihr den Startkuchen ja 50 kollegor hallo 20 also wenn ich außerhalb fahr ja vor mir ist ein Auto kollegor ha Hilfe nein Alter wenn ich die Runde gleich hinaus habe kriege ich einfach 3 FPS mehr wow vor mir ja also wir müssen hier noch ein Vorgewende machen also ich hab 30 FPS spring mal ganz kurz in den Häcksler rein warte ich muss noch eine Seite zahlen der Helfer schafft es nicht so ganz da bin ich einfach mitten im Feld da bin ich einfach mitten im Feld drin wir müssen auf jeden Fall 2 Mal Vorgewende machen da stehen ich glaub da stehen wir noch bisschen zurück ja da war es gerade knapp Hmmmm Wird es auch für dich ein bisschen leichter dann? Ja, zum Wenden auf jeden Fall Und für den Helfer hoffentlich auch Der bleibt da stehen Ich häckse kürze da so einen Bogen wieder rein Wie ich es immer mache Ähm, muss man näher ran Du kannst da rausfahren Wenn du nicht am Baum rufst Ich wollte eigentlich rückwärts zurückfahren, aber egal Wenn wir schon die Chance haben zu wenden So, jetzt hat das Rohr Den Anhänger angenommen Oh nein, ich überfahre Maispflänzchen Das ist nicht gut So, so sollte er fahren Na ja, vorne kommt eine Biegung Ich glaube nicht, dass er Der Helfer, der sinkt Kann das weiterfahren hoffentlich Oh, ich bin voll Oh, ich bin voll 99, 100 Warte mal, wir müssen mal hier Die Klappe hochmachen, so Flo? Hmhm Komm da mal an die Kreuzung in vorne Ja, warte Wirkt ein Fan Ja, ich bin grad hier Durch die Bäume durchgedritten So So So, war hier eine Kreuzung Die Einfahrt vor uns am Feld, oder? Danach Ah, die eine Ja, danach Okay Ich würd sagen, ein bisschen Stau Ah, ich muss grad eine Story erzählen Heute, also das ist jetzt für die Leute Ähm, die Folge wird am Samstag online kommen Für mich ist jetzt heute Montag Der Hänger steht ein bisschen schief, oder? Ähm, ja Und da sind noch voll ein bisschen viele Autos Ja gut, ne? Alter, der ist hier Staub Oh, ne Ähm Ich weiß nicht, was die haben Vor mir ist alles frei Ja, egal noch mal ganz kurz Zurück zu der Story Ja Ich war's wunderschön auf dem Kloge Oh, der lässt mich vorfahren Dankeschön Oh, ich hänge Ähm, ja, ich war jetzt wunderschön auf dem Kloge Das ist jetzt beim Kacken Hab so ein bisschen YouTube nebenbei geguckt Plötzlich macht das eine Detonation Ich glaub's nicht Alter Eh, komm nicht rum Ich weiß nicht, was da passiert ist Ist irgendwas explodiert? Haben sie in den Gebäude eingerissen? Keine Ahnung Ich bin verkaltet Oh, häng ich denn? Kommt mit Das hilft öfters, aber Oh Oh, Mist Hallo, wollen Sie das mal wieder angucken? Okay So, komm Ich hab's Hallo, ist hier Staub Alles Gute, es geht weiter Oh, ehrlich, mich hat's da auf dem Kloge so geschockt, ne Ich dachte besser, was ist hier jetzt passiert Was? Die Hexenklappe hat der Florian für mich schon offen gelassen Jaja Also Leute, wenn das bei euch auch so war, dass ich die Detonation auch gespürt habe, können wir gerne in die Kommentare schreiben Was? So ein Ding? Die Detonation, ähm, wenn eine Explosion irgendwie ist oder so, dann bebt doch der Boden Oder man spürt halt so den Druck Ja Und ich war da so schön beim Scheißen und dann plötzlich so, gibt's hier so eine riesige Explosion irgendwo oder Druckwelle Ja, genau Aber komm Also ich weiß nicht, ist da irgendwo eine Bombe explodiert oder keine Ahnung, ich hab den Narit bis jetzt noch nichts gehört Keine Ahnung, was da passiert ist Kann auch einfach sein, dass irgendwo ein Haus eingerissen wurde, ein größeres Oder du hast zu viel abgefeuert Nein, da ist auf jeden Fall nicht Zu dem Zeitpunkt war noch nichts in der Schüssel Ich bleibe mir krüm aufsch Obst Aber die Maispflanzen sind hier auch nicht original, also so wie im Standarderlässe Ja, sie sind schöner Oder sie sind halt Originaler Ja, es ist halt so Ja, man kann jetzt sagen, wie es will Im Originalerlässe ist halt so, wenn die halt richtig normal reif sind, dann sind sie halt eigentlich nur noch Körnermais, also Schon hell Im Prinzip, wenn man Maispillage machen möchte, dann müsste man sie eigentlich das reell ist Oder reell ist Warum fahrt er jetzt nicht? In der vorletzten Wachstumsstufe oder in der letzten Wachstumsstufe häckseln Dann sind sie noch schön grün, saftig Ja, da war einfach der Helfer nicht drin Okay Ich habe nicht rausgetan Ja, der hat sich einfach verabschiedet Ja, mein Der Monko Aber ich glaube ja Wenn ich so auf die So auf die Liste gucke, ich glaube wir haben schon mindestens 20 Häckslervater gefeuert Oder die haben gekündigt, eins von beiden Warte mal, wo seid ihr denn da vorne? Das heißt, die bleibt hier stehen Nein, warte mal, ich fahr nochmal auf die andere Seite rüber Bisschen was stehen Ganz eng Hobi aus Böser Junge, heute kriegst du kein Sternchen, wenn du das so weitermachst Ja Aber ich glaube, der ist auch gar nicht geil auf unsere Sternchen Was? Was? Hast du gesagt Ich glaube Ich glaube, der ist aber auch gar nicht geil auf unsere Sternchen Ja Was ist es denn, Mann oder Frau? Genau Ähm Sag ich, ich sag noch nicht rassistisch Äh Erkennen wir oder nicht? Ein etwas dunkelhäutiger Amerikaner, schätze ich Okay Okay, wurde gerade rausgeschmissen? Ne Nicht rassistisch gemeint, Leute Alles gut Alles gut Aber wir haben hier schon so einen Berg, Alter Beide gegen Rassismus, also Ja Das ist ein Baum Ja 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 Ich hab' ein bisschen was für mich Hier Und jetzt häng' ich an der Wand Ich geh' das aber auch ungern mit dem Schild irgendwie wegschieben ich bin aber den schluss schon drin 687.000 liter wir sind immer eine halbe mülle im dach war es immer noch nicht 500.000 wasser quetscht drin knapp eine halbe mülle das gibt ganz gut geld wir wollen mal gucken wie viel gibt es denn eine für silage den glaube ich meine der pga silage ja wieviel minuten sind es denn noch das ende wir sind jetzt bei 22 also nur drei minuten pga 360 ist wahrscheinlich unsere aber wir setzen wir haben eine kurze markierung dann kann man das genau an die sind ja es ist unsere ok mhm das heißt mal ganz kurz da schon mal hin hallo handy wollen sie auch wo dreht er pro 1000 liter haben wir gesagt also er hat alles mitgenommen aber er hat auch was kaputtes war egal so wenn ich mich nicht so verrechnet habe sind diese da sind die beiden silage wie sie jetzt gefühlt sind knapp knapp 340.000 euro bekomme ich das eck noch mal drauf ne leider nicht da war ich oh ich stecke gleich nebenan perfekt so häxler fahrer ich bin schon da ich glaube ich muss noch gleich mal neu ansetzen oder ja ich werde aber nur ansetzen er hat auch gesagt dass er der meinung ist wenn der meinung ist er ist fertig ich schaue auch nie wirklich nach rechts ne ja ist jetzt schon besser ich habe morgen vorne mehr Handling mit dem so so einfach mal ne halbe tonne drauf klatscht ist schon besser jo so so leute aber ob ihr seht ob der helfer es schafft dass er mich befüllt ohne dass er gleich wieder sagt ne ich hab keinen bock mehr das seht ihr in der morgigen folge ich weiß es ist ein kleiner cliffhanger aber ihr müsst natürlich auch angeregt wenn ihr die neuen folgen reinzuschauen das heißt immer wenn es euch gefallen hat gerne daumen nach oben da lassen würde natürlich sehr nett bleibt es der spruch hui ähm und ihr wisst alle ein Däumchen wär ein Träumchen genau und das ist der abschluss liebe leute wenn es euch gefallen hat haut rein und tschau tschau das viele Milliken ich Pause auf 7 3 5 3 6 5 Oh!